Herzlich Willkommen an Bord, liebe Fluggäste. Im Namen der heutigen Crew darf ich Sie auf Ihren Kondorfütt grüßen. Sie bitten, sich mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord dieser Maschine vertraut zu machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte verstauen Sie. Zum Schließen Ihres Rurtes führen Sie beide Gurtteile zusammen und ziehen Sie diese fest. Zum Erdnögen zu den Notausgängen. Bitte beachten Sie, dass sich der nächste Notausgang auch hinter Ihnen befinden kann. Die Ausgänge haben aufblasbare Rutschen, über die Sie das Flugzeug im Notfall verlassen. Die Schwimmwesten befinden sich unter Ihrem Sitz und sind einfachste Handzeug über die Notausgänge verlassen, ziehen Sie an den roten Dritten, um die Weste aufzublaufen. Benutzen Sie zusätzlich die Mundschläuche, falls erforderlich. Im Fall einer Notwasserung werden die Rutschen an den Notausgängen als Flöße benutzt. Alle Informationen für Ihre Sicherheit finden Sie auch auf der Sicherheitskarte, die sich in der Setztasche vor Ihnen befindet. Bevor wir nun starten, ist nach der Rutsche. Die Sonnenblenden müssen für Start und Landung geöffnet sein. Wir wünschen Ihnen nun einen sehr angenehmen Flögel von Ihnen. Schweren Sie die Höhe an den Rutschen 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 an. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020